Auch beim Wildbräu in Grafing wird gezwickelt und danach das Ganze in Flaschen abgefüllt. Das Ganze ist bei mir gelandet und wenn ihr dranbleibt, dann schauen wir es uns gemeinsam an. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund. Wenn ihr Freunde von Bierrezensionen wie hier auf meinem Kanal seid, dann tut mir doch einen Gefallen und klickt hier unten mal auf Abonnieren. Beziehungsweise nachher im Abspann. Das wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr den Kanal damit ein bisschen unterstützen könnt. Dankeschön an dieser Stelle dafür schon. Wir gehen heute wieder mal nach Bayern zum Wildbräu Grafing. Da habe ich ja schon das ein oder andere Bier euch vorgestellt. Und heute mal ein klassisches Kellerbier oder auch Zwickelbier. Und das kommt in den neuen Etiketten vom Wildbräu Grafing. So mit einem Orange-Braun daher. Der passt natürlich auch dann ganz gut zu der Farbe, die normalerweise Zwickelbiere so haben. Das erinnert mich zumindest gerade da ein wenig dran. Kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben 5,0 Volumenprozent Alkohol, 11,8 Plato, 17 Bittereinheiten. Also hier auf der sehr ganz entspannten Seite. Ein Infusionsmaischverfahren führte dazu. Da ist ja wirklich Informationen hinten auf der Karte gegeben. Aromahopfen ist Hallertauer Perle und Hallertauer Hersbrucker. Hauptgärung 7 Tage bei 9 Grad. Lagerung 2 Monate bei 0 Grad. Und vor dem Genuss leicht schwenken. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht die Flasche mit gemeint ist, sondern dann, wenn ich es im Glas habe. Optimale Trinktemperatur 6 Grad. Ich denke, da liege ich ziemlich genau auf dem Punkt. Und deshalb will ich gar nicht lang zögern. Ich will euch noch schnell den Bären in der Zwickelfarbe zeigen. So, und ja, unfiltriertes Helles mit der Wildbräu-Urhefe. Was immer das sein mag, ich muss da unbedingt mal hin. Muss mir das mal ansehen, was man da so treibt. In Grafingen ist schon eine lustige, nette Brauerei zu sein. Und ein paar Leute kenne ich da ja inzwischen auch schon. Und dann muss man sich sowas ja auch mal vor Ort anschauen. So, wir haben eine leichte Trübe in dem an sich sonst goldenen Bier. Intensiverer weißer Schaum, der auch mit einer herrlichen Gardine am Glas hängt. Nicht zu kompakt und ansonsten schön cremig fein. Ein bisschen Kohlensäure im Glas. Das ist eigentlich alles so, wie es gehört. Boah, das riecht aber, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das relativ trocken ist. Ein bisschen blumige Noten, ein bisschen zitrussig. Da ist was geboten fürs Geld in diesem Sinne. Sehr zum Wohl. Ja, das ist auch wieder so ein Bier, das muss man tatsächlich vermutlich mal den zweiten Schluck jetzt auch noch nehmen. Das passiert innerhalb von kurzer Zeit, beim ersten Schluck passiert unheimlich viel. Also, was haben wir? Wir haben erstmal schöne Hefenoten. Sehr, sehr weich. So eine ganz, ganz weiche Hefenote mit drin. Wir haben eine zwickeltypische Zitrusnote. Würde ich jetzt auch sagen, dass es so normale Zitrone, vielleicht ein bisschen Limette Richtung geht. Eine sehr dezente Bittere, 17 Bittereinheiten, das spricht, glaube ich, für sich. Und das ist dann auch das, was man schmeckt. Und dann hat es auch eine schöne, strohige, getreidige Note. Sehr viel helles Malz, sehr leicht auch im Malzkörper. So ein bisschen Säure mit dabei über die Zitrusnote. Also, das ist ein richtig schönes Bier. Hat einen schönen, schlanken Körper, eine, naja, mittlere bis kräftige Kohlensäure, aber sehr fein gehalten. Ihr habt es ja vorhin gesehen, es war sehr, sehr feiner, cremiger Schaum und so. In Folge haben wir dann auch so eine schöne, leichte, cremige Textur, wo auch die Hefe dann nochmal richtig schön sich auf die Zunge und auf den Gaumen legt. Und hinten raus wird es ein bisschen dünner und vielleicht auch ein bisschen trockener. Zitrusfrucht geht ein bisschen zurück, Bittere geht ein bisschen zurück, Hefenote bleibt. So eine leichte, Malztöne, getreidige Töne kommen durch. Es ist ein Easy-Drinking-Bier. Es ist ein toller Durstlöscher, ist mit seinen 5,0 Volumenprozent Alkohol, auch finde ich, in einem schweren Bereich, wo man sagen kann, da tut man sich nicht weh. Das kann man auch am Abend mit drei oder vier Flaschen noch aushalten. Und hat eine tolle Erfrischungswirkung über die Zitrone, über die gewisse Spritzigkeit, über die Leichtigkeit, die damit einhergeht. Also Wildbräu hat sich da mal wieder Maßstäbe gesetzt. Mein Favorit ist nach wie vor das Helle, aber das Zwickel ist dicht, dicht, dicht dahinter. Und deshalb gibt es von ProbierTV dafür vier von fünf möglichen Punkten für das Zwickelbier aus dem Wildbräu Grafing bei München. Wenn ihr dieses Bier kennt und anderer Meinung seid, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook, Blog. Und schreibt mir natürlich auch, wenn ihr meiner Meinung seid. Das freut mich natürlich auch, wenn ihr euch da ein bisschen anschließt. Und vielleicht habt ihr noch andere Biere von Wildbräu Grafing, die ich mal probieren sollte. Ich glaube, durchs Sortiment bin ich schon relativ weit durchgekommen, aber es gibt noch ein bisschen was, was ich noch aufholen kann. Ich sage an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Seid bitte morgen wieder mit dabei, wenn es das nächste Bier gibt. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020